Der neue WWE DOO KEEEEN 17. Online Video Ja servus, wie geht's, du Mahaino? Wenn du mich verstehst, wie ist das noch nicht beschrieben? Ja komm, ich hab schon dreimal mehr verloren. Nicht so verbreitet. Steh auf, hopp, freig, freig. Hast gerade auch so ein komisches Ziel gehabt, ich schreibe da nachher mal ja hin, der die ganze Zeit so rumhüpft wie ein Känguru, irgendwas mit 315 hinten im Silber, da hat der Seth Wallens. So viel Energie, wie du gerade noch hast. So viel hat der noch. Ich hab hier 4-5-Stelle-Match gemacht, wenn ich nicht so oft aus dem Körper gekommen bin. Ja, jetzt 3 Zeit rum, Alter. Und wie das so oben hier, wo du 3 Stück von Thomas hier, wo du die ganze Zeit reinhubst. Aber ja, scheiß drauf. Sag ja nicht, lauf Thomas, der hat ja nicht 2. gegeben, dass er fair spielen sollte. Ja, lass die Wut raus, dass ich so scheiße gegen dich gespielt hab. Ja, komm, Batsch. Ey, sag ja nicht, du bist auch schon wieder zu probieren. Lass mich doch auch mal schlafen. Ich schreck mich doch am Arsch, ey. Ich sag's doch, die Männer machen keine Phase. Leck die Haare und schon wieder. Das ist mein Thomas, ey. Das ist so Affen. Das kannst du nicht blocken. Boah, mein, jetzt gegen Ossi, mein Mann. Ja, ich hab schon rausgetriegt. Ja, Mann, der Ossi, der ist ja... Auch in Heides Leiden kann ich, und jetzt schlägt der auf. Ja, hopp. Schlag doch. Boah, ich hab doch. Da kann ich ja lange mit Glocken. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Aber schon mal 10 Daumen. 10 Daumen rüber. Ja. Und noch mal. Und noch mal. Ja, ich hab schon gedrückt. Ich hab schon draufgenautscht. Ja. Ja, steht der Typ auch mal auf. Ja, Wutzfahrt. Karten. Äh, küssen halt gleich die Füße. Ja, Daniel, das sind jetzt getrügen lassen, die ihn zicken, und dann... dann nicht packen, dann die... Boah, das geht's doch nicht. Ich kommt da her, verdammt. Das bin ich mal hier dran. Ja, Mann. Fisk. Das ist jetzt. Ja. Bist du jetzt mal hier. Danke für die schöne Firma. Okay, okay, das war es der Lüte in der Lüte.